Es ist schon eine Weile her, da habe ich vom sogenannten Pass-Ranking erfahren. Pass-Ranking ist tatsächlich eine Art High-Score, die anzeigt, wie stark der Reisepass ist. Sprich, in wie viele Länder man damit visafrei einreisen kann. Deutschland liegt dabei auf Rang 2 mit 190 Ländern, in die man ohne Visum einreisen kann. Nur knapp hinter Singapur mit 192 Ländern. Das macht den Deutschen passverständlicherweise heiß begehrt. Und wer schon lange in Deutschland lebt, der spielt sicher irgendwann auch mal mit dem Gedanken, das Tor zu 190 Ländern zu öffnen. Dafür muss man sich einbürgern lassen, was in Deutschland auch durchaus möglich ist. Nun muss man sich für eine erfolgreiche Einbürgerung zum deutschen Grundgesetz bekennen. Und da schaudert es dem einen oder anderen unserer Geschwister erst einmal. Zumindest bekomme ich den Eindruck, wenn ich manchmal die eine oder andere Frage lese. Bekenntnis zum deutschen Grundgesetz? Ich bekenne mich doch schon zum Islam. Das reicht mir doch als Religion. Jetzt noch zum Grundgesetz. Bekomme ich jetzt etwa noch eine Religion dazu? Ist das überhaupt miteinander vereinbar? Nun, vielleicht wird das deutlicher, wenn man sich einfach mal den Wortlaut anschaut von dem Bekenntnis, was da verlangt wird. Ich bekenne feierlich, dass ich das Grundgesetz und die Gesetze der Bundesrepublik achten und alles unterlassen werde, was ihr schaden könnte. Mehr steht da nicht. Ich achte das Grundgesetz und die Gesetze des Landes und füge dem Land keinen Schaden zu. Das sind tatsächlich Dinge, die für einen Muslim gelten, wenn er dieses Land betritt, auch ohne Einbürgerung. Muslime haben zu allen Zeiten andere Länder betrieben. Früher oftmals als Händler, seltener als Touristen oder um dort zu studieren. Und das bloße Betreten des Landes und die Bereitschaft des Gastlandes, dich auch einreisen zu lassen. Das alleine beinhaltet schon eine Abmachung, dass du die staatliche Ordnung und die Gesetze des Landes achtest. Das muss auch nicht schriftlich sein, das ist selbstverständlich. Kein Land der Welt lässt jemanden ins Land, wenn der nicht bereit ist, die staatliche Ordnung und die Gesetze des Landes zu achten. Was nichts anderes heißt, als zu bekennen, dass ich das Grundgesetz und die Gesetze der Bundesrepublik achte und alles unterlassen werde, was ihr schaden könnte. Ich bin zwar kein Gast in diesem Land, aber ich würde das haargenau so auch untergreifen. Ähnlich verhält es sich auch mit der sogenannten Loyalitätsbekundung bei der Einbürgerung, die einfach aussagt, dass man keine Bestrebungen verfolgt, die staatliche Ordnung zu beseitigen. Und selbstverständlich bürgert ein Land niemanden ein, wenn er vorhat, die staatliche Ordnung zu beseitigen. Und auch das würde ich als Nicht-Gast problemlos unterschreiben, auch wenn ich schon in 190 Länder einreisen kann. All diese Dinge werden manchmal größer gemacht, als sie sind. Es sind eigentlich Selbstverständlichkeiten. Jedem ist selber überlassen, ob er das machen möchte oder nicht. Nur wenn wir schon über diese Dinge reden, dann sollten wir auch genau hinschauen, worum es dabei überhaupt geht. Inhaltlich. Und uns nicht von Floskeln blenden lassen, aus denen wir in der Vorstellung wer weiß was machen, die aber bei genauerer Betrachtung selbstverständlich sind. Wer setzt sich für dich ein, wenn du diskriminiert wirst? Wir tun das. Und wir können das, weil wir Mitglieder haben. Und deswegen werte auch du Mitglied, damit wir dir helfen können. Link ist in der Videobeschreibung. Draufklicken, es dauert keine zwei Minuten und Kinder kostenfrei mit anmelden. Mit draufschLAUD散cher. Danke. 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 Vielen Dank.